Hi Leute, schön, dass ihr da mit dabei seid. Wir werden heute mal außer der Reihe Video machen. Und zwar habe ich gemerkt, dass wohl zur Zeit der absolute Hit ist, Kanalvorstellung. Und weil das sehr beliebt ist zur Zeit bei den YouTubern, werde ich mir diese Geschichte auch mal vornehmen und hoffe, dass ich genauso große Resonanz erreiche und die Kanäle so ein bisschen zusammenbringen kann. Und natürlich für meinen Kanal auch ein bisschen Support und Traffic rausholen kann, weil ich möchte auch ein bisschen was davon haben. Und deshalb habe ich mir ein paar Kanäle ausgesucht. Das sind jetzt nicht unbedingt die kleinsten Kanäle. Sie haben zum Teil auch schon genügend Follower, möchte ich sagen. Aber deshalb möchte ich sie trotzdem mal vorstellen und bin mal gespannt, was die Leute dazu sagen und ob sich vielleicht der ein oder andere in diesen Kanälen wiederfindet und einen schönen Kommentar oder irgendwas anderes dazu abgeben kann. So, ich werde jetzt, habt ihr hier in meinem Büchlein drin stehen, werde das Büchlein jetzt aufschlagen und dann geht es auch schon los. Ich werde meine Klappe halten und ihr schaut einfach in die Kanäle mal rein, lasst das auf euch wirken, macht euch auch Gedanken dazu. Vielleicht hinterlasst ihr mir am Ende des Videos einen schönen Kommentar oder ein Like. Würde ich mich natürlich darüber freuen. Und dann sage ich nur noch, gemeinsam sind wir stark. Liebe geht raus an Allah. Liebe geht raus. Liebe geht raus. Liebe geht raus. Liebe geht raus. so dass es für heute gewesen sein vielleicht gibt es noch mal so die geschichte aber ich glaube ja nicht wenn den spaß mitgemacht hat gibt mir doch mit dem däumchen nach oben wenn den spaß nicht versteht ja es gibt genügend keller in der welt wo er runde gehen können zum lachen demnächst gibt es wieder was vom kochen backen garten das sollte erst mal gewesen sein hierzu macht ihr nachbarn bei